Foto erst mal? Foto. Alles klar. Foto. Danke. Sehr gerne. Danke. Danke. Bitte. Bitte. Wie ist mein Name? Austrian Dessert. Austrian Dessert. Austrian Dessert. Austrian Dessert. Das ist der Name? Wie heißt das? Salzburger Nockern. Salzburger Nockern. Salzburger Nockern. 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 Salzburger Nockern. Darf ich? Ja. Danke sehr. Danke sehr. Wie ist die Pudding? Wie ist die Pudding? Ja. Es gibt ein kleineres. Für die Wachsenden größeres. Perfekt. Ich mag 5-4-5-6-6. Ich möchte von dir einmal keine dumme Bewertung als erstes haben. Haben wir uns verstanden? Danke. Du kannst sofort ins Auto gehen, weil Hände spielen können wir sofort. Was willst du? Kimbersoft will sie können. Nein, das erste was kommt ist sie will nicht. Kennst du das von jemandem? Ich kenne das von jemandem. Was hast du gesagt? Die Dame da. Bitte gerne. Was? Was? Die schwarzen Teller. Schwarzen Teller? Wo ist der schwarzen Teller? Sie sind da. Ja okay, du kriegst eh Isabel. Einmal für mich. Einmal für Isabel. Isabel, das ist für alle. Aber das erste was kommt ist, ich will nicht. Bitte schön. Ich liebe diese Aussage. Wir probieren. Zuerst probieren wir und dann reden wir. So sieht das aus. So sieht das aus, du. So sieht das aus, du. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Jetzt schauen wir mal nachher. So wie toll das da macht. Wie toll das läuft in der hungry Hände. похожst du B castle. Aber aus." Das ist schon sehr einfach. Hiervend hoch. Das ist auf Englige Hände sp rett. Du hast wunderbar oben.